Steuertrick, wie du es in dem Sinne schaffst, extremen Steuervorteil zu generieren. Also bleib dran. Zunächst einmal ein ganz kleines Recap. Die Beiträge zur privaten Krankenversicherung, kann man diese steuerlich absetzen? Ja, die kann man absetzen. Sind das letzten Endes für Aufwendungen? Es sind Sonderausgaben, diese werden in der Anlagevorsorgeaufwand berücksichtigt. Hier ist es so, es gibt Höchstsätze auf Grundlage des §10 Absatz 4 Satz 1. haben wir 2.800 Euro Höchstbeitrag, was grundsätzlich abzugsfähig ist. Und in §10 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes für Angestellte und Beamte ist der Höchstbeitrag von 1.900 Euro verzeichnet. Und hierunter fallen die Aufwendungen für die Absicherung der privaten Krankenversicherung, Absicherung für die Arbeitskraft, Privathaftpflichtbeiträge, Unfallversicherung etc. Und jetzt gibt es in dem Sinne hier einen Trick, wie man das Ganze steuerlich optimieren kann. Also schauen wir uns das Ganze steuerlich einmal an. Wir haben jetzt hier unser Sonderausgabenhöchstbeitrag und befinden uns aktuell im Jahr 2023. Und wir können hier 2023 sind es 2.800 Euro, die wir in dem Sinne absetzen können. Wir können das Ganze natürlich auch im Jahr 2024 wiederholen, im Jahr 2025 und im Jahr 2026. Das heißt jeweils 2.800 Euro haben wir hier letzten Endes den Höchstbeitrag. Jetzt ist es so, dass wir, wie wir gelernt haben, den Basis von unserer Krankenversicherung, von unserer privaten, den Basisbeitrag abziehen können. Der variiert, ich mache jetzt mal eine grobe Range zwischen 70 und 90 Prozent, ist so ein Äquivalent, kann man sich sozusagen merken, wie die gesetzliche Krankenversicherung. Alles, was darüber hinausgeht mit den Zusatzleistungen, die werden nochmal etwas anders behandelt. Aber wir rechnen jetzt hier einfach mal mit 6.500 Euro, die wir hier haben für den Abzug. Das bedeutet, diese 6.500 Euro haben wir nicht nur in diesem Jahr, sondern 6,5, 6,5, 6,5 auch für die darauffolgenden Jahre. Jetzt passiert Folgendes und zwar haben wir hier diese Besonderheit, dass diese Basisbeiträge zur privaten Krankenversicherung auch über den Höchstbetrag von den hier 2.800 Euro berücksichtigt werden. Das bedeutet, hier sind die 2.800 und in den genannten Jahren in dem sind abgegolten. Jetzt wollen wir natürlich erst mal schauen, was hat das steuerlich für eine Auswirkung. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal einen Satz von 42 Prozent in der Einkommenssteuer zugrunde und haben dann von den 6.500 Euro 2.730 Euro, die wir in diesem Jahr steuerlich absetzen können. Wir können das nicht nur in diesem Jahr, sondern wir können das auch im nächsten Jahr und im darauffolgenden Jahr und wir können das Ganze natürlich auch im Jahr 2026 machen. Jemals immer von der Steuer abzugsfähig. Zusammengenommen, wenn wir alle vier Jahre betrachten, haben wir über diesen Zeitraum eine Ersparnis in Höhe von 10.920 Euro, die wir steuerlich komplett dagegen rechnen können. Jetzt kommt in dem Sinne hier der Trick und zwar, was können wir letzten Endes tun? Wir befinden uns jetzt im Jahr 2023 und wir entscheiden uns jetzt, wir haben immer noch nach wie vor unsere 2.800 Euro Höchstbeitrag. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben unsere 6.500 Euro Basisbeitrag zur Krankenversicherung. Aber was können wir jetzt tun? Und zwar können wir hingehen und können sagen, wir zahlen für die nächsten drei Jahre. Damals hat der Gesetzgeber gesagt, es sind zweieinhalb Jahre. Jetzt können wir sagen, wir zahlen für die nächsten drei Jahre unsere Beiträge. Ja, weil wir sind sowieso krankenversichert und das wird in den nächsten Jahren auch so sein. Das heißt, wir addieren die 6.500 plus die 6.500 plus die 6.500 und können dann von hier oben letzten Endes den Beitrag hier runterziehen. Und zwar haben wir dann in diesem Bereich 19.500 Euro. Diese 19.500 Euro plus die 6.500 Euro stellen dann 26.000 Euro dar, die wir in diesem Jahr haben. Das bedeutet, wir haben jetzt hier 26.000 Euro und können jetzt diese 26.000 Euro, weil es die Basisbeiträge sind, voll abziehen. Ja, das bedeutet, wir haben in dem Jahr es ja auch gezahlt. Das heißt, es ist uns abgeflossen, Paragraph 11, das Abflussprinzip. Und jetzt können wir hier die 26.000 Euro mit unserem Steuersatz von hier oben, mit den 42 Prozent, in dem Sinne Einkommenssteuersatz, können wir diese absetzen. Was bedeutet das? Wir haben das, was wir in dem oberen Beispiel, wo wir hier die 10.920 Euro über den Zeitraum von vier Jahren haben, haben wir hier runtergezogen und haben dann eine Steuersparnis von 10.920 Euro, die wir in diesem Jahr komplett absetzen können. So weit, so gut. Das heißt, wir haben das, was wir die Steuerabzugsfähigkeit auf vier Jahre verteilt, haben wir auf ein Jahr komprimiert. Was passiert aber als nächstes? Und zwar muss man jetzt in dem Sinne nochmal schauen. Wir haben ja noch die Jahre, in dem Sinne hier die nächsten Jahre, wo wir wieder unsere 2.800 Euro hätten, unsere 2.800 Euro und nochmal unsere 2.800 Euro. Und diese 2.800 Euro, die sind jetzt frei, weil wir die frei gemacht haben durch die Beiträge der Krankenversicherung, weil wir die vorgezogen haben. Das bedeutet, wir können jetzt hingehen und können die Beiträge für die Privathaftpflicht, für die Arbeitskraftabsicherung, für die Risikolebensversicherung, für die Unfallversicherung, für die Kfz-Habpflichtversicherung, für die Tierhalterversicherung etc. können wir jetzt in dem Sinne ansetzen. Das bedeutet, dadurch, dass die jetzt hier frei sind, haben wir wieder hier 2.800 Euro, 2.800 Euro, 2.800 Euro. Wenn wir das jetzt als Summe noch einmal zusammen addieren und daraufhin jetzt den Steuersatz von den 42% ansetzen, dann haben wir in jedem Jahr noch einmal 1.176 Euro steuerliche Erstattung. Ja, das bedeutet 1.176 Euro, 1.176 Euro. So, und die hätten wir ja vorher, diese Beiträge hier unten, die hätten wir ja vorher verschenkt, weil wir in dem Beispiel Nummer 1 ja letzten Endes schon durch diese Basisabsicherung in der Krankenversicherung schon die Beiträge vollgemacht hätten. Wenn wir die jetzt noch einmal zusammen addieren, haben wir so steuerlich einen Vorteil von 3.528 Euro und so schaffen wir es, einen Steuervorteil von 3.528 Euro zu bewerkstelligen, was man jetzt auch machen kann, wenn man die Beiträge für die private Krankenversicherung im Vorheraus zahlt. Hier braucht man natürlich noch den entsprechenden Berater, der das Ganze a. umsetzt, b. könnte man gegebenenfalls dann, nicht bei allen, aber bei manchen Gesellschaften sogar noch einen kleinen Rabatt aushandeln, wo das Ganze noch einmal lukrativer wird. Und dann haben wir hier in dem einen Jahr die 10.920 Euro, die wir gesamt absetzen können und dann in den drei Jahren haben wir nochmal einen Vorteil von 3.528 Euro, wo wir einen steuerlichen Vorteil haben und das sich natürlich direkt bemerkbar macht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, du konntest was mitnehmen, wenn du grundsätzlich Fragen zur Gestaltung hast, Fragen zu deiner privaten Krankenversicherung oder mehr solcher Tipps möchtest, dann lass doch gerne ein Like da, abonnier den Kanal und wenn du direkt mit uns sprechen möchtest, unter dem Video haben wir einen Link beigefügt, dort gelangst du direkt auf unsere Website und kannst dir dann ein kostenloses Erstgespräch buchen. Wir freuen uns auf dich, dein Marc Sonne. Wir freuen uns auf dich, dein Marc Sonne.